Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu Minecraft with a Michigo. Hallo. Hallo, was machst du grad? Ich brenne grad, äh, das Gold. So, und jetzt brauche ich Topaz, Topaz in. Es kann doch nicht sein, dass hier immer wieder die selben Biome, ah, Mist, da oben ist n interessantes, oder? Ne, blöder Eingang wieder. Warte, warte, wo ist denn, wie sieht das Biom denn aus? Oh Gott, ist das meine Route bis jetzt gewesen? Krass. Offener Wald. Und dichter Wald. Ab in den Untergrund. Auf zum Atmen. Was suchst du? Ja. 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 Da ist das. Oh Gott. Ja. 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 Scheiße, das Labyrinth hatte ich schon, sehr wahrscheinlich. Da ist noch eins und hier, das ist das, was ich, ach das ist doch im Pilzbüro, das kann überall sein. Spawn den Naga nach. Weiß ich nicht. Wächst die neu. Eher nicht. Och man, das ist so nervig. 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 Ich würde vielleicht Fackeln mitnehmen sollen, scheiße. Ich würde mich nicht mehr aufnehmen, sondern ich würde mich nicht mehr aufnehmen. Das lustige ist, meine Spitzhacke kann mir anzeigen, wo was in der Wand ist, also ob da irgendwo Ärzte sind oder irgendwas in der Wand. Geil. Inwiefern, indem du dich einfach dagegen hältst oder was? Ne, wenn ich rechts klicke und dann erscheinen so kleine Leuchtpunkte in der Wand, wo was ist. Zeigt ihr dir an, was da ist oder das, was da ist? Das, was da ist, nicht was da ist. Und schon wieder an unseren Unterirdischen Dungeon, von denen es 10 Millionen gibt. Dann ist mir jetzt nochmal ein Hexenzirkel, versuchen wir es da nochmal. Schönen guten Tag Hexe. Kannst alles behalten. Schön. Schön. Ferdinand. Moeter. Wohle. 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 glück muss ich denn am anfang gehabt haben um einfach jeden boss sozusagen um das portal einmal rum gefunden zu haben so beziehungsweise sogar zweimal den licht hintereinander und jetzt finde ich halt nicht mal mehr so ein gedöns da sieht man das teil von dem licht auch glaube ich gar nicht auf der karte mhm blau atopas juhu zwei stück nix nix ach ja er zeigt sogar wasser an ist er sehr geil ja dann kannst du ja fast gar nicht mehr auf irgendwas verlassen mhm ja wenn er alles anzeigt nein ich meine der zeigt wasser als block an also so ein blauer schimmerblock das ist also quasi Wasser. Ist das cool? So. Das ist halb neu oder ein Bug. Was bist du? Ein Stück Stein in der Luft. Hier ist irgendein Spawner. Was spawnst du? Twilight Forest Swarm. Spider. Aber auch der spawnt nix. Ein Labyrinth. Eine Ziege. Whatever. Irgendwas muss doch drin sein. Es ist Nacht. Wie wär's mit Creepern? Hm? Ach nö. Und wieder nur derselbe Shit. Da kommt irgendwas Großes, Rundes. Was ist es? Irgendwas ist es. Aber ich glaube nur ein Stück Haus. Reeper. Juhu. Creeperherz. Nein, ich lege. Oh Gott. Was macht ein Creeperherz? Ähm, nur Witchery. Was sehr selten ist. Warum muss ich es jetzt legen, ey? Oh, nerv nicht. Ich muss... Ja. Es istotiabend. Ich liebe die Ljis. Tänk. Jetzt. Jetzt. Ich liebe die L bracelets. Kann das ein Bug sein, dass die nicht mehr generieren? Nein. Also der Twilight Forest ist fast bestimmt komplett aufgedeckt. Auch der Twilight Forest ist unendlich. Ich glaube nicht. Achja. Nicht lecken, du deckst so viel auf. Ich will ja gar nicht viel aufdecken. Machst du aber trotzdem. So, jetzt kann ich meinen nächsten Zauber machen. Aber ich muss den noch verbessern. Ich brauche noch mal ein Buch. Ich muss jetzt warten, bis du wieder kommst. Verdammt. Wieso? Würdest du mir den Infinity-Op verlassen? Wann kriege ich denn mal wieder einen Zauber? Du hast 27 Level. Achso, ich meine, ja, kann ich machen. Sobald ich einen ordentlichen gemacht habe, kann ich ja auch den machen. Du hast gerade gesagt, du machst ja schon wieder den nächsten. Ja, weil der letzte Scheiße war. Also ich hätte das Schutzschild gerne gehabt. Es ist kein Schutzschild. Es ist einfach nur ein teurer Zauber, der um dich rum, wenn jemand gerade zufällig in der Nähe ist, Schaden macht, das war's. Du kannst ihn jetzt gerne haben, ich brauche ihn auf jeden Fall nicht mehr. Wenn du willst, dann nimm ihn. Was willst du jetzt für einen machen? Jetzt mache ich einen Zauber, auch einen Area-Effekt, den man aber schießen kann, mit Freeze-Blindness und, ähm, Slow-ness. Und was meinst du mit, du hast 27 Level? Hm. War gut. Das war der falsche Kontext. So. Dies und das. Und es ist aber doch auch ein Bug, dass die Spawner nichts mehr spawnen, oder nicht? Keine Ahnung, was da los ist. Gibt's unter Wasser noch nen Dungeon? Das sieht sehr komisch aus. Keine Ahnung. Ach. Ach. Nie. Ja. So, was mache ich nun? Ah, das könnte ein Hydra-Berg sein, kann aber auch der Kack-Berg sein, und das ist ein nutzloser Berg, Loot-Berg brauche ich nicht, obwohl da sind auch Spawner drin, aber was für Spawner, das sieht sehr magisch aus, Mossy-Blocked-Chiseled-Stone-Brick, steht da einfach rum. So, so so... So, so... Bald gibt's den ersten roten Punkt, yay! Tschüss! So, so 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 soát... Und Horse-Effekt. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Und bau doch schön. Transformation-Powder, ist das gut? Keine Ahnung. Sagt mir nix. Sagt mir nix. Dachwäsche, was Feines. Sagt mir nix. Sagt mir nix. Aber ich baue mir jetzt ein Feld auf dem Dach. Und dann? Habe ich nix. Wir mussten doch wenigstens irgendwen spawnen. Haben sie ja vorher auch gemacht, da kamen immer diese Geistertypen raus. Mhm. Und kein Spawner, nicht mal die Spider-Spawner haben irgendwas gemacht. Und das ist ein Bug. Und das ist ein Bug. Dachwäsche. 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 Öfft. Buh! Dachwäsche. Er ist sehr komisch generierter Berg. Ach, da ist schon wieder so ein Dungeon, der diesmal in der Luft schwebt, aber schon wieder derselbe Dungeon. Fliegt der also komplett in der Luft? Ah, dass ich keine Ho of Growth hab, das wär cool. Was passiert damit? Oh, die sind nix, die funktioniert wie Bonemiel. Neuer Spawner, der wieder mal nicht spawnen wird. Da ist ein ganzes Eisen hin. Ich mach das Haus mal komplett lichtdicht. Nix. Wenn ihr irgendwie wisst, was hier los ist, dann schreibt's doch mal bitte in die Kommentare, bevor ich hier wirklich ewig suche, weil ich find ja zufälligerweise einfach gar nichts mehr. Oh, wir sind übrigens fertig. Oder, warte, lass mich kurz überlegen. Ja doch, wir sind fertig. Gut. Also schaut auf jeden Fall mal bei Shigo vorbei. Eine Folge haben wir ja noch, die wir am Stück hier aufnehmen können. Und ich denke, das werden wir auch machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn's weitergeht, mit Wism. Und ich auf der Suche bin nach ne Monsterspawner. Büss, tschüss. 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 Tschüss.